Aua, bin ich etwa wieder geschlafwandelt? Oh Mann, ich sollte wirklich mal unten schlafen. Ich fahre jedes Mal aus diesem blöden Bett raus und irgendwann breche ich mir noch alle Knochen. Hä? Wo ist denn überhaupt Mama? Die liegt ja gar nicht in ihrem Bett. Mama, wo bist du? Warte mal, hat die sich irgendwie rausgeschlichen? Oder die ist bestimmt hier unten. Äh, Mama? Wo ist Mama hin? Das kann doch gar nicht sein. Wo sollte die denn um diese späte Uhrzeit noch sein? Vielleicht sollte ich mal rausschauen. La 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 la. Oh, das ist so schön, abends schwimmen zu gehen. Oh, hier habe ich meine Ruhe. La 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 la. Und das Wasser ist so angenehm. Oh, das macht so viel Spaß. Oh, mein Gott. Warte, was? Meine Mutter ist eine Meerjungfrau. Oh, warte mal. Das, das kann doch nur ein schlechter Albtraum sein. Oder bei einem Sturz bin ich bestimmt auf meinen Kopf gefallen. Ich glaube, ich sollte mal lieber wieder ins Bett gehen. Das habe ich mir alles nur vorgestellt. Und ich werde jetzt schlafen gehen, morgen aufwachen und dann ist alles wieder in Ordnung. Oh, guten Morgen, Mama. Oh, zum Glück, da sitzt sie ja. Oh, guten Morgen, Emily. Ich hoffe, du hattest eine wunderschöne Nacht und ganz tolle Träume. Aber sag mal, du bist ja schon ein bisschen spät für die Schule. Du musst gleich schon los. Oh, stimmt, Mama. Ja, um ehrlich zu sein, war ich die Nacht wach, da ich einen ganz schön komischen Traum hatte. Äh, und deswegen habe ich ein bisschen verschlafen. Aber ich muss mich jetzt wirklich beeilen. Ich nehme das Frühstück und dann muss ich schon direkt los. Oh, nein, ein Albtraum? Warte mal, du warst in der Nacht wach, aber du hast doch nichts Unauffälliges gesehen, oder? Bist doch bestimmt direkt schlafen gegangen. Oh, Mann, du solltest dich jetzt wirklich beeilen, Emily. Äh, komische Sachen gesehen? Naja, egal, ich muss jetzt wirklich los. Ich bin schon viel zu spät. Okay, meine Schüler, dann beantwortet mir mal bitte diese Mathefrage. Was ergibt 7 minus 5? Oh, ja, ich weiß, das ist eine schwere Aufgabe. Oh, Mann, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Meine Mutter hat sich ziemlich komisch verhalten, finde ich. Oder bilde ich mir das alles nur ein? Ich meine, ich war doch wach und ich habe doch eigentlich gesehen, dass sie eine Meerjungfrau ist. Na los, meine Schüler, kann mir denn niemand diese Frage beantworten? Na gut, wenn keiner freiwillig dran sein will, dann, dann wähle ich halt aus. Emily, beantworte du mir die Frage. Äh, warte, welche Frage, welche Aufgabe, äh, wo, wo sind wir denn gerade überhaupt? Na, Emily, schon das wiederholte Mal passt du nicht im Unterricht auf. Na, das wird noch Konsequenzen haben. Aber du hast Glück, dass jetzt Pause ist und ich einen riesen Kohldampf habe. Ähm, los, Schüler, auf zur Pause. Oh, Mann, Emily, was ist denn heute mit dir los? Du bist doch sonst so gut in der Schule. Aber diesmal warst du total unaufmerksam. Ich als seine beste Freundin merke sofort, wenn etwas mit dir nicht stimmt. Oh, Mann, ich könnte ja wirklich gar nichts verheimlichen. Aber ich weiß wirklich nicht, wie ich dir das sagen soll. Ich verstehe es ja selber nicht mal. Weil ich weiß ja nicht mal, ob es die Wahrheit ist, ob es ein Traum war oder ob ich mir einfach nur den Kopf angestoßen habe. Äh, Emily, was redest du denn da für ein wirres Zeug? Oh, Mann, früher oder später musst du es mir erzählen. Also, los, rück schon raus. Okay, aber nun musst du mir versprechen, nicht auszurasten. Also, bleib ganz ruhig. Wo soll ich anfangen? Also, diese Nacht bin ich aufgewacht. Äh, dann habe ich meine Mutter gesucht. Und meine Mutter schwamm einfach im Pool. Und das nachts. Äh, okay, das ist ja schon etwas komisch. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass es das ist, was dich bedrückt, nur weil deine Mutter nachts im Pool schwimmt. Okay, okay, ist ja gut. Also, meine Mutter, die hatte einen Meerjungfrauenschwanz. Also, meine Mutter ist eine Meerjungfrau. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll oder was ich denken soll. Was? Deine Mutter ist eine Meerjungfrau? Wie cool ist das denn? Oh, ich bin der größte Fan von Meerjungfrauen. Sollen wir direkt zu ihr gehen? Sollen wir ihre Fähigkeiten austesten? Ich möchte ihr Meerjungfrauen-Schwanz angucken. Komm schon, Emily. Oh Mann, jetzt fahr mal einen Gang runter. Ich weiß ja gar nicht, ob ich mir das nur eingebildet habe. Aber ich weiß auch nicht, wie ich das herausfinden kann. Ich meine, ich kann sie ja nicht einfach drauf ansprechen oder so. Oh, ich als Meerjungfraunexpertin habe die Idee, wir machen einen Meerjungfrauentest. Ganz genau. Ich komme einfach heute nach der Schule zu dir und dann werden wir testen, ob deine Mutter eine Meerjungfrau ist. Wuhu. Oh Mann, das kann ja was werden. Aber okay, dann sehen wir uns heute nach der Schule wieder. Okay, dann verrat mir jetzt mal, was du für Tests an meiner Mutter machen willst, du Meerjungfraunexpertin. Oh, das ist doch ganz einfach. Wir müssen sie einfach dazu bringen, Wasser zu berühren. Denn wie jeder weiß, wenn eine Meerjungfrau Wasser berührt, verwandelt sie sich und bekommt ihren Meerjungfraun-Schwanz. Äh, Wasser anfassen? Also, ich bin mir ziemlich sicher, meine Mutter hat schon mal Wasser angefasst. Sag ihr einfach, sie soll ihre Hände waschen oder so. Ich meine, das kann ja nicht so schwer sein, Emily. Ähm, du, Mama, ähm, könntest du mir vielleicht ein klitzeklein Gefallen tun? Wäre das möglich? Ja, natürlich, Emily. Was ist denn los? Was für ein kleines Gefallen denn? Äh, also, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber könntest du dir vielleicht die Hände waschen? Ähm, also, so richtig gründlich, ich, ähm, ich bräuchte dich bei einer kleinen Sache, weißt du? Äh, die Hände waschen? Warum das denn? Aber, Emily, um ehrlich zu sein, ich war ja gerade am Putzen und die Hände habe ich mir gerade schon gewaschen. Also, warum, warum verhältst du dich denn so merkwürdig? Oh, du hast dir die Hände schon gewaschen? Okay, ähm, dann ist schon gut, Mama. Oh, okay, also, das mit den Händewaschen hat nicht funktioniert. Was, was sollen wir denn jetzt machen? Hast du vielleicht noch irgendeinen Test? Weil, äh, ich weiß sonst wirklich nicht, wie wir das herausfinden. Oh, ja, natürlich. Ich als Expertin. Lass mich mal auf meine Liste schauen. Oh, da haben wir es ja, deine Mutter soll Fisch zubereiten, weil ich meine, Fische sind ja so gesagt ihre Cousinen und Cousins. Und von daher müsste sie das nicht machen. Also, sie würde das nicht machen. Oh, das ist die Idee. Äh, Fisch zubereiten? Aber ich hasse Fisch. Oh, Mann, okay, aber um ehrlich zu sein, ein Versuch ist es wert. Äh, du, Mama, also, meine Freundin aus der Schule ist ja gerade da. Und wir, wir hätten richtig, richtig Lust auf Fisch. Könntest du uns vielleicht, äh, Fisch zubereiten? Das, das wäre auf jeden Fall mega lieb von dir. Äh, Fisch, okay, dann muss ich mal nachschauen. Äh, ich glaube, wir haben gar keinen Fisch da. Aber zum Glück haben wir Pizza. Oh, Emily, ich kann dir und deiner Freundin Pizza geben, wenn du möchtest. Hm, okay, schade, Mama. Aber die Pizza ist auch in Ordnung. Die werden wir dann, äh, jetzt gleich essen. Trotzdem vielen Dank. Okay, diese Möglichkeit hat auch nicht funktioniert. Und jetzt dürfen wir Pizza essen. Oh, Mann, ey, was sollen wir denn jetzt tun? Ich werde niemals herausfinden, ob sie eine Meerjungfrau ist oder nicht. Oh, doch, Emily, ich habe noch eine letzte Option. Und zwar hast du deine Mutter ja schon letzte Nacht getroffen. Äh, im Pool, beim Schwimmen, nachts, allein. Naja, auf jeden Fall musst du heute Abend dich am Pool verstecken. Und dann wirst du sie auf Frischertag ertappen. Und du wirst sehen, ob sie eine Meerjungfrau ist. Oh, diese Idee ist ziemlich gut. Warum hast du das nicht direkt gesagt? Oh, Mann, das werde ich auf jeden Fall sofort machen. Okay, meine Zahnung habe ich angenommen. Ich finde, ich sehe ziemlich gut als Kaktus aus. Und so sollte meine Mutter mich eigentlich nicht entdecken. Also, hoffentlich. Oh, Mann, da ist sie ja schon. Ich glaube, sie sollte gleich rausgehen und ihr nächtliches Schwimmen machen. Dann wollen wir doch mal sehen. Oh, Mann, sie benimmt sich ja wirklich merkwürdig. Okay, dann wollen wir mal. Ich hoffe, mich hat niemand entdeckt. So, wo ist denn jetzt mein Handy? Äh, oh, da ist es ja. Ah, so, dann wollen wir mal die Nummer eingeben. Oh, da haben wir sie ja. Oh, okay. Oh, hallo. Oh, Mann, ich habe mich schon lange darauf gefreut, dich wiederzutreffen. Treffen wir uns da, wo wir uns immer treffen? Okay, super. Dann bis gleich. Ich freue mich schon. Äh, was hat meine Mutter da geredet? Und mit wem will die sich denn überhaupt treffen? Oh, Mann, ich wollte doch nur herausfinden, ob sie eine Meerjungfrau ist. Aber dann muss ich sie wohl verfolgen. Oh, dann wollen wir mal sehen. Okay, meine Mutter ist hier unten hingegangen. Warte mal, wer ist dieser Typ denn? Und was macht er denn da? Oh, nein, jetzt bin ich hier runtergefallen. Warte mal, rutsche ich gerade etwa den Berg runter? Und zwar zu meiner Mutter? Oh, nein. Oh, nein, wer ist das denn? Sie hat uns entdeckt. Und jetzt, und jetzt kennt sie mein Geheimnis. Sie weiß, dass ich eine Meerjungfrau-Mann bin. Äh, er. Oh, tu ihr bitte nicht. Das ist, das ist unsere Tochter. Äh, warte, was hat sie gerade unsere Tochter gesagt? Und warum habe ich überhaupt noch dieses Kostüm an? So ist besser. Aber sag mal, ist das etwa mein Vater? Oh Mann, jetzt habe ich herausgefunden, wer mein Vater ist. Und mein Vater ist ein Meerjungfrau-Mann. Das heißt, ich hatte recht. Du bist eine Meerjungfrau. Oh, ich wusste es. Äh, warte mal. Bin ich jetzt auch eine Meerjungfrau? Oh, nein. Ich wollte nicht, dass du das so erfährst. Aber, ja, Emily, ich bin eine Meerjungfrau. Dein Vater ist eine Meerjungfrau-Mann. Und du bist auch eine Meerjungfrau. Aber du verwandelst dich erst später, wenn du älter bist. Oh, äh, vielleicht sollten wir uns alle mal an einen Tisch setzen und reden. Das ist wirklich gerade viel Information, die du erfahren hast. Äh, was? Ich bin auch eine Meerjungfrau. Oh, ich glaube, ich sollte lieber mal schlafen gehen. Das ist wirklich viel zu viel. Aber, Freunde, falls euch dieses coole Brokehaven-Video gefallen hat, dann lass doch unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.